Bei einer vorsätzlich verursachten Explosion sind im Zentrum von Nashville im US-Staat Tennessee drei Menschen leicht verletzt worden. Durch die Wucht der Explosion entstand hoher Sachschaden an umliegenden Gebäuden. Die Behörden gehen davon aus, dass ein Sprengsatz in oder an einem Wohnwagen detonierte, der zuvor von Polizisten als verdächtig eingestuft wurde. Das Zentrum von Nashville wurde für die Dauer der Ermittlungen weiträumig abgesperrt.